Hallo, ich heiße Nülle Veraktöck, ich bin der Vorsitzende von dem Verein Frauen für Frauen. Wir haben dieses Jahr den Bayerischen Integrationspreis gewonnen und wir werden am 17. November im Landtag unser Verein vorstellen. Warum sage ich wir? Weil ich komme nicht allein, sondern mit. Hallo, mein Name ist Serpil Göktemir, wir werden verschiedene Projekte von unserem Verein vorstellen. An diesem Tag stelle ich das Projekt Mother School vor. Klickt auf den Link und seid dabei. Also, bis 17. November!